Olle, 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 Olle. Olle. Ihr seid so still Leute, das gefällt mir nicht. Falkenschwein. Falkenschwein? Big Gay Dance. Der Mafia. Oh, a pride of the Mafia. Ich werf'n einfach mal rein. Willkommen zurück zu einer gepflegten Runde. Ich klopf' dir meine Waffe um die Ohren und du dir da meine. Willkommen zurück zu Let's Play Diablo 2 Lord of Destruction Das letzte Mal haben wir ja insgesamt zweimal Diablo verprügelt Und heute machen wir uns an Akt 5 An den Akt 5 Akt Nummer 5 Wo unser liebes Schaf schon meinte, der soll also nicht lang sein Ich glaube, ich habe ihn nie in einem Zug komplett durchgespielt Das wird Spaß machen Das wird Spaß machen Belagerung von Harrogath Beenden Sie die Belagerung, indem Sie... Indem? Wir müssen jetzt da raustrappeln Dafür sorgen, dass wir im Leben bleiben Und den Chef in der ganzen Wande verdreschen Genau, also... Das heißt, wir sollen raus und Leute natzen Raus gehen Leute Weit raus, get close hier Wenn hier ein paar Katapulte um die Ohren fliegen, keine Sorge Das muss so sein Genau, das mit den Katapulten ist richtig so Moment, mir fehlt gerade noch ein... Warte, ich habe meine Zauber noch nicht richtig angeordnet Ich habe meine Schreie noch nicht ganz Moment, Schrei Alter, hier auf deinem komischen Golem Zucker zu geben Der zappelt hier rum wie auf Droge Ähm... Sechs Wir rennen da schon wieder Im Privat... Im Privat hat mein Klumpi ja auch ne Menge Moment, wartet Bin sofort da So, bin da Da geht's raus Also, auf geht's Also, ich darf hier noch gar nicht brüllen Oh, warte Jetzt darfst du brüllen Ja, Moment Oh, der hat einfach aufgehört zu reden Der Kerl Sklaven Schmunzel Ähm... Ja, hier durchzusteigen durch die Auffahrt Ne, ich habe gerade noch leichte Flame Einbrüche Flame-Einbrüche? Ja, Flame-Einbrüche. Die hätt ich auch gern. Oh, hier ist das erste Katapult, das wir töten dürfen. Todesprügler erst tot. Jetzt bin ich falsch gegangen. Du kannst eigentlich nur in eine Richtung falsch kommen. Ach da. Vielleicht sollte ich meine... Moment, ich muss ja erst mal meine Armee aufbauen. Du das mal. Ich sollte mich da machen. Oh Mann, mir steht da alles im Weg. Wir stehen im Weg. Ich stehe gern im Weg. Merke ich schon. Jeder, dem ich im Weg stehe, ist von hinten. Eine Teilhöhne. Yay! Die Maske wird bloß zwei zu Trollboot. Todesprügler? Ja, Trockenmordus. Der wird richtig abgehen, wenn er die Referenz zu der Wendelkrise sieht. Oh, ich hab noch ein Katapult gefunden. Katapult? Jetzt will ich das Ding aber auch mal sehen. Ach. Immun gegen Gift. Ne, was du nicht sagst. Er wird gemobbt. Oh mein Gott, da mach ich mit. Ich will auch mobben. Mobbingkreis. Stiefelkreis Zauber. Nein, Stiefelkreis Fluch. Ich liebe den Stiefelkreis Fluch. An meinem privaten Armdead hab ich ja hier auf komplette Todesskillung, also hier auf ne Armee geskillt. Mobbingkreis. Ich liebe diesen Zauber, wo ich einen Gegner bestimmen kann, der von allen anderen in seiner Umgebung angegriffen wird. Das ist so tiefelkreis. Wenn ich jetzt richtig fies würde ich sagen, ich geh mal kurz mit meinem 58er Druiden rein. Ja, denn Phil mit Harry kann einfach nur durch die Fliegen laufen. Ganz genau. Harry Kane? Ich kann nur ein Festival. Harry Kane Lasers? Aber Harry Kane... Was ist das da hinten? Ein Fass! Oh, dann machen wir mal ein Fass auf hier. Ich mach das Katapult kaputt. Du bist da hochgekommen. Was kann der? Nein, der gibt's schade. Achso, da müssen wir uns hier überall irgendwie durchprügeln. Ja, wir müssen die lassen Katapult die kaputt machen. Und ja... Jank! Jank sitzt auf seinem hohen Ross und merkt gerade... Scheiße, da sind ein paar die unsere Armee fertig machen. Ja, da machen vier Leute unsere gesamte Armee platt. Irgendwas machen wir falsch. Oh, oh! Vielleicht seid ihr einfach schlecht. Äh... Waren wir hier nochmal... Ich könnt hier Hilfe gebrauchen. Ich bin ein bisschen zu weit gegangen. Ja, ich komm. Du bist zu weit gegangen. Dieses Mal. Ah, ich hab hier ne Tränke... Ah, guter Heiltrank. Sehr schön. Du brauchst eine Tränke-Apothek ist da. Mr. Apotheker. Ich muss mir den sowieso jetzt mal wieder ein bisschen zusammensammeln. Bitteschön, viele Regenerationstränke. Ah... Ne, was? Gute Breitachs? Weg! Nicht gut. Und zählt der Kopf. Ey, er hat den zähltesten Kopf eingesammelt. Ich hab ihn nicht. Oh ja. Gib mir den Kopf! Gib mir... Gib mir meine... Gib mir meine... Elixier. Kannst du schmeißen. Kannst du werfen. Explodiert. Macht Schaden. Gammelig. Hm, gar nicht. Gammelig. Gammelig. Ich hab verstanden, gar nicht. Da stehen sie alle im Weg. Tiefel Kreis. Hm, was? Ja, genau. Ähm, Shadow? Ah? Du kennst doch bei der DMA-Try diese explodierenden Eiderbollen. Ja, natürlich. Die mal so dich gegenrennt. Anfängernehm. Wieso gibt's jetzt hier aus? Ah, dann müsste hier nicht noch... Hier müsste hier ist noch ein Catapult hier hinten. Ja, Catapult! Hier auch, wenn ich hier lang kommen würde? Achso, ich bin ja bei dir. Macht euch mal, ich guck mal dabei zu, wie die sich gegenseitig da... Du bist so ein Arsch im Grunde! Das ist doch toll! Hä? Müsste hier nicht noch ein Catapult hin, oder ist es schon rausgegangen? Oh, da ist schon ein Hackfest. Geil, Regenerationstränke, ab my ass. Ich will meinem Weltner irgendwas Gutes geben. Ah, Schneckschnack sollte dafür nichts Gutes. Warte mal, wer hat hier noch mal die gute Zauberfindung? Oh, wir finden gleich Shank. Stammwurst? Nee, doch lange nicht. Kannst du mal kurz einen Ring für mich identifizieren gleich? Ja, gib ihm den identifizieren der Stadt. Okay. Hm, Topaz. Ein Tobias. Ein Tobias? Ja, dann schmeiß ihn her. Achso, ja, warte, warte. Da. Der da. Ah, fast. Mendo, ich darf es fast nicht zertreten. Ich auch nicht. Ich darf es auch nicht zertreten. Was soll ich vorhin gerade sagen? Du hast ihn mir schon hingeworfen wieder. Tobias. Warte, habe ich dir das Ring jetzt auch gesagt? Ja. Ich hoffe. Ich habe sonst auch noch einen Ring gemacht. Alter, wie viele Reflexbögen man jetzt findet. Reflexbögen? Ja, Reflexbögen. Können wir mal sehen, was ist denn das? Wow. Nur Amazone. Eine Franken-Axe, wie geil. Was? Eine Franken-Axe. Oh ja, die Dinger sind stark. Aber ich glaube, die waren auch sau langsam, oder? Äh, unterschiedlich. Ähm, schnelle Angriffsfolge ist aber eine Wurf-Axe. Ja. Bei mir. Ja, Frank. Oh, jetzt schießen auch noch die Katapulte auf uns. Also schön vorsichtig, da fliegen Gift-Bomben auf uns zu. Gift-Send-Norm. Immer in Bewegung bleiben. Geht nicht, wenn ich prügeln muss. Ja, wieso? Da bewegt sie sich auch. Katapult im Mond gegen Gift. Irgendwo logisch. Ja, und fuckt mit Gift rum. Ja, super, schön stark auch. Ah, ich hab ein Level ab. Ja, dann versammel ich auch. Aber ich bin noch nicht 30. Bald kann ich den immer wieder Belegungszauber. Dann haben wir die Assis der Armee Eppor. Bald mach ich Armageddon, Junge. Armageddon. Machst du Armageddon? Weißt du, was ich da mach? Dann setz ich eure ganzen Skills hoch. Mit einmal anschreien. Oder ich kann's machen wie bei meinem anderen Trüten. Und ich pushe meinen Eichbombeißen auf Level 16 hoch. Boah! Ich hab grad die Frame-Einbrüche meines Lebens. Okay. Frame-Kotze seines Lebens. Ja, genau. Der Frame-Troll seines Lebens. Da steht da so'n fetter Barbarenweg. Ja, 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 dann lass mich doch weg. Ich geh ja außen rum, ne. Schuppen. Oh, 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 nicht ins Gift rein. Ach, ich Idiot. Okay, ich bin... Maske, Riesenschwert, weg mich. Da ist das Scheißding. Geht weg, ich bin Arzt. Lass mich Arzt. Lass mich Arzt. Auch wenn du alle Nasen lang irgendwelche Körperteile amputierst. Geh weg. Lass mich Arzt, ich bin durch. Was? Rassackstammt, wenn da studieren will. Lass mich Arzt, ich bin durch. Lass mich Arzt, ich bin durch. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ich könnte das jetzt verstehen, wenn du so als schwer verletzter Patient so zum Arzt rennst. Lass mich Arzt, ich bin durch. Lass mich Arzt, ich bin durch. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ist das nicht der? Juck... Nichts für die Erde, die Erde liegt zu werden. Ich gebe euch mal was. So. Gehörnster Helm? Ist das nicht ein Baba Helm? ich glaube ja unter anderem ja ok der macht aber nix für nen Baba also der macht nur Müll ah, der verbannt wir naja Klaus, was wollt ihr? Wollt ihr essen? hier komm ich geb euch essen traut euch gegenseitig, traut euch gegenseitig warum raumt ihr euch gegenseitig, warum raumt ihr euch gegenseitig? was fragst du mich das? du hast den Zauber oh du hast den Zauber boah, 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 boah komm schon, gib mir ein Level yes, Level up ich geh doch nicht geht man mal davon aus, wir sind froh, wenn man ihnen ein bisschen Wärme spendet wie der aber, aber, Vulkan, aber nö ich hab vor allem hier so in ne Eichen spiel ich hab noch einen Ring gefunden so, lalalala so, lalalala ich bin so fies, ich steh hier oben über der Grube und guck wie die sich gegenseitig messeln hmm, Jungs, wir verteilen uns ein bisschen arg ich bin hier unten, ich bin bei dir wohl der Pallas, der ein bisschen abtanzt nein, ich hab den fertig gemacht, Leute ich hab den Leute fertig gemacht und jetzt sollt ihr weggefahren immer bin ich außen ooooh, wir haben keine Freunde, fast wie Emos ooooh, fast wie Emos sie ziehen sich allerdings noch schwul an ey, du magst noch, warte mal ja du willst doch dein, dein Schwert haben, ne ja ich kann meins jetzt tragen hier hast du's? now I make real damage come here, bitch uuuuh, Stombus den Schrein kriegst du was? mana-regel-regeneration ne, der Pallas kann ihn auch gut gebrauchen ja, oder ja, so mana-regeneration das ist doch hier unser Tank was braucht ein Tank-Mana? ist das am Ende ein Fake-Tank? ich hab insgesamt 83 Mana ich muss ruhig da mannen 83? pfff du musst mal auf aus dem Weg gehen skillen hehehe ne, das geht nicht oder oder dich dünne machen ne, das geht nicht oder oder dich dünne machen ja jetzt nicht auch ne Blast astralgestalt, wie geht's damit? analgestalt? astralgestalt astralgestalt analgestalt analgewitter ach, wenn du keine analgewitterst macht's eine Sauerei analgewitter wieso donner doch nur? außer es gibt nen Gletscherrutsch ach, Gletscherrutsch, ey Junge geht dick hm nicht wirklich starker Halt dran, geile Scheiße mir geht's gut, mir geht's gut hat geholfen hat geholfen hallo Pete, hat das Medikament vom letzten Mal geholfen hat geholfen hat geholfen hat geholfen schön, schön, schön er kann das richtig gut ihm würde ich das sogar abkaufen wenn Shadow das Versuchsobjekt ist nein dann müsste ich eigentlich die brüllen können was? ich lauf nur so ein bisschen durch die Gegend möchtest du ein Medikament nehmen? ach, gerne ich bin der ideale Pillenschlucker gut, schön, schön ich denke eh nicht ah, haben wir ihn jetzt endlich gefunden sieht so aus ja, wir dürfen den Aufseher killen den Aufseher eigentlich müsste der da oben sein, ja da dürfte gleich angewatschen ja, ein paar Katapult dürften hier aber auch noch sein hm? also ein paar Katapult dürften hier aber auch noch sein hier vorne ist noch eins ja, jetzt dürfen als allererstes mal die ersten Selbstmordattentäter auftauchen ich weiß, was ich mal erinnere ich weiß, was ich mal erinnere wow also es ist grad ein leichter Overkill an Zeug, das hier rumzieht ja, so ganz dezent und Stoßtahnhelm das ist doch mal dezent das ist doch dezentmal meiner Aua na 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 oh, da ist der erst der Selbstmordattentäter oh warte, kann ich die Selbstmordattentäter dazu bringen und die anderen Atempflanzen greifen? kannst du glaube ich ja goyel aber da oben ist Tank irgendwo der Pult, mach mal kaputt was, du kriegst doch Rüstung jetzt schon? wie ein Neubtraum? geil rügelt euch gegen seinen Jumika bin ich sogar für alter, hier ist Disco angesagt hier Disco toll, die Freunde stehen jetzt hier rum und gucken uns an da hab ich ihn ah, hi Shank ist richtig chillig hallo, du fettes Vieh ja, der macht aber gut schon ja, der macht aber gut schon passt auch nö nö, der macht mir gar keinen Stab oh, ich hab Lager ich hab auch Lager oh oh das war's wegen es redet Schneebörner sonderlich gute Sachen ey, wir erhalten eine Belohnung dafür irgendwie hat mein Kerl aufgehört immer zu reden er will nicht mehr reden so Jungs ja, es kommt wenn er drückt angreift ja, es kommt wenn er drückt angreift wer loswerden will, sein Krempel ha? ja, müsste hier nicht jetzt demnächst gleich schon ne Quatsch äh, wir können hier dann hier gleich wieder weiter latschen wir müssen hier dann hier wieder hier lang ok, einmal zurück jetzt entleeren wir uns erstmal so, Kane war da in der Mitte und der Typ der Quakee der macht die zwei Meter weiter am Brunnen ja, genau aber was bringt wir kriegen jetzt unsere Belohnung von Quakee aber ich weiß nicht mehr was äh, nein von dem kriegen wir erst bei der nächsten Mission drei das Zug müssen wir hin zu Dingens hier äh, Schmied ach ja, genau von dem kriegen wir vom Schmied kriegen wir was gesockelt und von dem kriegen wir erst ähm bei der zweiten Mission dann drei Runen wir können jetzt mit diesem Loot-Zug reden von dem kriegen wir irgendwas das ist ein gutes Kristallschwitter schon dreimal gesagt können wir das da wieder hin tun kann wird das nochmal gedocken? ja, wo ist denn dieser Loot-Zug oder wie der heißt? äh, das ist der Schmied wie viele fügt er hin zu? das ist random also ich hab zum Beispiel mal einen goldenen Helm hingeworfen aber mir eine Fassung drauf geknippelt mhm mhm also ich würde das am liebsten irgendwo drauf haben wo ich die Anforderungen runter machen kann weil ich hab noch so eine Anforderungs-, äh, so ein Anforderungsding und dann mache ich euch bei allen meinen Waren die günstigsten gleiche so ein, äh, Juwel-Anforderungen so, Shadows Ring bringt, äh, leider gar nichts, sorry ach, schade ich muss damit klären, muss ich jetzt dann gleich erst noch ich... muss ein bisschen krampellos werden ich hab immer noch einen toten Kopf vor mir rumliegen ein fehlerhafter Schäden nee, schade, kann ich nicht soll ich die, ähm, abgehackten... die Frankenabhacker der Kobolde heißt die ja, sehr gut so hey, Schmied, ich komme hm mach dich Krankenhaus so, jetzt kann ich auch endlich mal skillen, ja? was macht eigentlich meine derzeitige Rüstung? wieso kicher ich immer dieses gesamten Scheiß im Questlogbuch zugespammt? einfach nur 95 hm ach, weißt du was, ich hau mir das auf meinen Wolfskopf ah, hat er nur eine Fassung draufgeknibbelt, schade so, ich hab... ich hau mir das auf irgendeine Rüstung mit viel Verteidigung, die ich noch nicht tragen kann hm ich kann hier so, dann habe ich eine Menge mehr Verteidigung hm hm ich brauche Stärke, bis ich diesen Hammer tragen kann so, wie viel hat irgendjemand ein gutes Ding, was man auf einen Helm machen kann? auf was? ich bräuchte für einen Helm was schönes zum draufpacken äh, ein Helm, warte mal 10 zu Stärke? nee, 24 Magiefindung auch eher nicht oh, wobei 38 Leben oh, Leben, Leben ist immer gut was haben wir hier? 80 Angriffswert wohl nicht 3 Geschicklichkeit auch nicht und eine weitere Rallone was hättest du gerne? ich hätte Stärke anzubieten Magiefindung äh, Regeneration Leben Geschicklichkeit Angriffswert und Mana hm, ja doch, Mana, Mana Mana? gut, Mana, Mana warte, dann kriegst du auch gleich einen perfekten Saphir nee ich krieg ne perfekte Steffi ne perfekte Steffi meine Sorge gilt den Männern die auf dem Schlachtfeld von Bars ja, 38 Mana dazu uh, ja, dann könnte ich wieder schön gewidmet ähm hier, liegt vor der Truhe aber ich bin danke yes, ich brauch noch 6 Punkte dann kann ich meinen neuen Plattenpanzer tragen mhm hier, Quest Nummer 2 finden sie die Soldaten im Eishochland mhm ja, warten wartet ihr noch kurz wir müssen ja, aber wie so noch nicht los ich wollte wie so noch mal hier ja, wir müssen hier durchs Portal also ja, eben, weil das schneller geht was ja, und ich musste was, das war einer was was das ist ein Arschloch, ich mag den nicht was ich mag den nicht ich mag den auch nicht ich mag den auch nicht was hast du? ich hab jetzt einen Knochenhelm oder Knochenhelm schön schön so ein badass Diablo gut gut ein Knochenhelm, ich hab auch einen auf so, wo war nochmal das Portal jetzt? nein, Knochenhelm nicht, sondern so ein Hornhelm ja ja ich geh schon mal wieder zurück ja, schmeißt da jemand mal einen Schädel oder so vor die Truhe? äh, ich hab da schon was hingeschmissen in den Schädel Mö, Mö! oh oh oh... Jetzt hab ich gar nicht gesehen hophol ich lass mal gucken ob ich davonolf war dringende Gefangenen Äh, so viele Leute von der Truhe ale! nein, ist lass weiter sagen Uuuhu so leer hab ich die Truschlang nicht mehr gesehen șikan also oh ne, auch nicht weil ich jetzt, ich kann schon wieder fliezeniro haha ich geh schon mal vor und mach wieder auf or siehst du noch ein paar tränke einsammeln oh ja wartet auf mir cookies sind gut für seele schrift tränke einsammeln was haben die hier alles schönes nun gelassen heute bin gerade am klopfen nie klopfen ich brauche Granit ich bin am Berg Mainz ein gutes Kriegszepter was kann denn das plus 2 zu gedeihen erhöhter max haltbarkeit 10% 50% schaden wer das nicht warum muss das ätherisch sein mal ehrlich was ist bei einem Paladin die Fähigkeit gedeihen das ist glaube ich eine Aura gedeihen ja bitteschön defensiv Aura gebeten ok wenn man nicht will gedeihen ich gehe nicht auf defensiv Aura gedeihen aktiv verbessert die Aura verbessert die Aura die Rate mit der sich die Ausdauer erholt ach so ich bin richtig schwul also für Ausdauer ich denke die besondere Fähigkeit die Aura zu Joggen ist ja witzig der kann richtig langen sehr schrogernd ja toll hier ist der Wegpunkt endlich war der Wegpunkt mal leicht zu finden im Netzplay haben wir uns auch oft genug damit rumgezockt jetzt wird es nochmal richtig lustig Sklaven klagt euren Freund klagt euren Freund und schlagt uns lag uh ein epischer wo epischer Sklave da wo ich drauf prügel das Ding hier Held Heldrichter Richter das Hackefleischmonster äh ich hau hier auf einen Zerquetscher drauf geil uh Stammbus ja guter Feldhahn er schwimmt seine Verteidigung zweimal gesoppelt zweimal ich glaube es gibt keine guten Runden damit zweimal oder? egal aber halt die Bühne hier ja ja aber man kann viel verkaufen ja behalt einfach wie ja stimmt aber die guten Rundenwürder für Rüstung unter 3 kriegst du da nix bei einem Schild wie ist das denn äh gutes mit 2 aber gut Schilde kriegst du jetzt noch nicht ja haha der Gewercher hat den Maul also ich spiel grad mit einem ach ja ja hau da ja ist mir zu blöd mit dem ich dachte lieber mit euch mit dem ja ach du scheiße also was habt ihr denn hier alles liegen lassen Dämonenhalonke sterbt alle oh Moment oh ich habe grade eine epische Kreatur von Ihnen an Dämonenhalonke die du gefreheated ist doch wunderschön ja hm 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 Sui ist die zweite oh ja natürlich wir kommen noch ein paar Versionen er ist gewachsen um ganze 13mm geringfügig gewachsen alter er trägt Plateauschuhe er trägt Plateauschuhe wenn Sui das jemals sehen würde ich glaube da kommt so leichter Hass auf oder oh shit wow no Sui hasst uns doch nicht glaub ich glaub ich glaub ich vermute ich mal oder die erste Ladung die erste Ladung äh lassen euch ja schon raus Jungs äh äh rede deine Blüter ok und wo lass ich sie raus ach da ach die Töte portieren sich automatisch muss sie noch rausholen ja aber ich seh grad nicht wo nech da steht mir ein Vieh im Weg sonst könnte ich mal hinbackeln oh oh ich schlag auf die Tür ein aber es passiert drin Gott sehen die Fickern jetzt nicht da ab her epische Kreatur wir klopfen nicht so episch ist er gar nicht ach so Schafzahnfleck da ja und weg siehst du so episch ist er nicht was macht denn der Schuppenpanzer weiß ich nicht ich werde den Stampus gleich mal zum Identifizieren geben hatte bessere Chance dass was gutes dabei rauskommt F F ok Stampus mach auf die Tür klop klop ich bin da Stampus ähm ja ich hab eben halt diese den Schuppenpanzer bekommen kannst du den kannst du den für mich hier identifizieren nachher gut gemacht ich öffne meine Türen immer mit einem Vulkan hä irgendwer ist im Level gestiegen hier sind noch mehr Junge aber zu richtig aufeinander gefällt mir hier ist Fett Party Alter hier ist wirklich überall Fett Party ich bin leicht überfordert ich auch wo ist hier mit der Fett Party ja du bist noch ein bisschen abseits gegangen alter bleib mal bei der Truppe ja ich hab noch welche von den Heinrichs 3 ja sind nur noch Pünche übrig woher weißt du das weil es angezeigt wird weil es angezeigt wird insgesamt sind es die 15 ja das kann ja dann was werden uuuuuhhh Shadow hä einfach gesockelter Barbarenhelm plus 3 zu mehr Tempo plus 3 zu Schlachtenruf Schlachtenruf? warte mal da hab ich sogar glaube ich drinne ja Schlachtenruf das hab ich drinne alter den musst du mir gleich mal rüber geben Moment Moment da so auch schon Soldaten retten so also irgendwo hier mussten die doch eigentlich müssten die eher hier in dem Bereich hocken glaube ich ja eher weiter unten ne ja hier so ne ne also ich hab so ne Erinnerung das müsste dann eher hier oben so sein weil wenn die immer so nacheinander hocken von den Dingern her dann müsste es in einer Reihe aber auch jetzt mal einen anderen an ihr wisst schon dass ihr jetzt nicht gezwungen seid nur weil wir aufnehmen dass ihr denn hier ruhig sein müsst oder so ne ja ich glaube ich hab einen äh optionalen Dungeon gefunden aber Abaddon? nein 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 nicht das Portal nicht das Portal du Psycho ist das Portal ein optionaler Dungeon? ich hab hier ein das ist Selbstmord wenn du da alleine rein dackelst ich bin noch nicht drin was ist denn das Abaddon? das sind Höllenschlunde wo du mächtig starke Kiecher findest und auch mächtig tolles Zeug ja aber renn da nicht im Alleingang rein das ist doch ich bin nicht reingegangen ich hab's nur gefunden ich kenn dich Psycho ich geh nochmal durch den Wegpunkt zurück und bereite mich darauf seelisch und körperlich vor so heißen du gehst noch runter heulen ja so welch wessen Axt hier äh hier meine Rüstung schmeiß weg schmeiß weg äh oh Camper also ich steh hier ja ich bin von was? vom Camper Song so mal sehen was macht das Ding ja ich muss erst so also relativ wenig für ziemlich schlecht was? relativ wenig für ziemlich schlecht Moment wer hat die jetzt? ach so da weg blä äh 1 zu bä 2 zu bä 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 ja warum? ja wenn man zu der alten hoch die hat hier einen Zepter mit plus 2 zu gesegneter Hammer wuuh 2 zu Beklärung abgelehnt abgelehnt ich bin Offensiv Aura Tank ich meine Aura machen für round damage ach so äh Stampus ja was kann ich auf einen einfach gesockelten Helm drauf klatschen eigentlich nix tolles oder? nix tolles oder? nicht wirklich es ist hm nix 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 nix